hallo hier ist podcast von swin heidenreich und wir haben die folge 937 wir haben den inzwischen haben wir glaube ich schon den 21 juli das heißt wir nähern uns so langsam der vier jahres folge und ich freue mich sehr darauf und ja es wird natürlich keine besondere folge ich werde in dieser folge dann einfach mal ein bisschen was erzählen zum podcast ja also das wäre dann morgen morgen ist dann montag also inzwischen haben wir schon sonntag und morgen wäre dann der 22 juli 2024 ja und da wird dann der podcast vier jahre alt aber noch haben wir den 21 juli und bis jetzt ist alles ganz normal ich kann nicht schlafen mal wieder und ich weiß nicht warum irgendwie ist mir langweilig so ist es halt einfach deshalb habe ich den olympus 720 genommen also die m 720 und habe mir gedacht okay nimmst du einfach mal eine folge podcast von swin heidenreich auf weil der sonst nichts zu tun hast ich hätte gleich noch einen kaffee machen damit wir auch irgendwie der folge haben und ja ich weiß wir haben es drei uhr noch was es müssten das schon vier haben einen kaffee trinken ist eigentlich nicht okay aber hey leute wir haben sonntag ja sonntag und ich kann nach dem kaffee also erstens kann ich sowieso nicht schlafen zweitens ja soll ich sonst machen ja ich könnte mit dem machen aber auf die habe ich auch wie keine lust gut der olympus ist diesmal in meiner hand denke das wird ja auch dass er diesmal nicht am t shirt ist und ich gehe jetzt mit euch in die küche und ich mache mir doch noch ein café ja einfach damit wir noch eine folge haben im alten podcast ja sage ich jetzt mal und ihr hört jetzt mal wieder den olympus wie er leib und lebt dann stelle ich ihn mal moment hier hin denn wir müssen ja so hinstellen dass keine reflektion möglich ist so dann wäre einfach mal die die tank füllen so der tank ist gefüllt jetzt wäre es lustig ich habe doch gesagt tank füllen geil wäre jetzt wenn man jetzt das geräusch von von einer tankstelle das zapfen also dieses das hätte man jetzt einblenden müssen ist dass das ja richtig geil gekommen ja so wegen tank füllen wenn dann von der tankstelle ja genau und dann hätte man aber auch die zeit abwarten müssen bis so ein tank voll ist das wäre lustig gewesen von wegen ja das wäre ja auch mal geil so ein podcast wo man einfach also es gibt ja so sätze so wie mit dem tank oder es gibt schon noch andere sachen man sagt etwas und spielt aber was ganz anderes ein was aber auch so eine ähnliche bedeutung hat also wie mit dem tank jetzt ich mache es den tank voll natürlich ich wenn ich natürlich wassertank gesagt hätte hätte man ja bewusst welchen tank aber so und da müsste man halt genau die die anderen geräusche dazu denn ein das wäre natürlich auch lustig irgendwie das wäre auch ein lustiger podcast egal jetzt schalten wir erstmal das ding an hier ja seht ihr heute geht schon los ja machen wir das auch keine ahnung wie er in unserer baumacht die kratzt ich meine die will einfach nur zeigen dass er da ist ja siehst du bei der andere da dass du da bist eigentlich ein schöner name ja oder ja gut jetzt krieg ich auch eine frau die mia heißt das wäre lustig meine katze heißt wie meine frau ja gut nach namen sollte man sich die frau nicht aussuchen ich meine sowas soll es ja auch geben aber nein der name ist im grunde vollkommen egal also nach namen gehe ich nicht jetzt natürlich gibt es namen die man gut findet und schön findet aber letztendlich ich glaube das würde nicht viel bringen wenn man seine frauen nach namen aussucht aber gut so was soll es ja wohl auch geben es gibt natürlich namen die ansprechen andere wieder nicht das ist klar aber auf der anderen seite kann ja niemand was für einen namen ja also das ist ja auch so es ist ja trotzdem es ist ja auch so dass in vielen zeiten andere namen einfach mode waren naja dann gibt es halt namen die kommen immer wieder ja nach namen sollte man nicht gehen es ist natürlich klar wenn man ein lied schreibt zum beispiel für die frau und die hat natürlich jetzt so einen namen wo alle denken würden um gottes willen ja aber auch das wäre mir egal weil wenn meine freundin einen altmodischen namen hätte und ich ja dann würde ich halt ein lied machen und das ist mir vollkommen egal also letztendlich können wir ja auf unsere namen nichts und den eigenen namen kann man sich ja nun mal nicht aussuchen also klar man will sie sich umbenennen aber das kostet natürlich auch so also ich bin mit meinem namen eigentlich relativ zufrieden Sven also ist das nicht so dass ich jetzt den namen extrem schön finde oder so also das ist Quatsch das wäre ja auch also man wird einfach mit so einem namen groß ne also das ist jetzt nichts wo man jetzt sagt das findet man irgendwie toll sondern das ist einfach ja ja einfach eine gute sache ja aber gut so ist es mit namen ja ja da könnte man auch mal so ein das ist auch ein schönes Thema wenn man erst mal man müsste sich gerade so namensforschach man gibt ja wirklich so Leute ja da gibt es ja zum Beispiel auch bei Antenne Brandenburg den Jürgen Rudolf glaube ich heißt der oder ja Jürgen Rudolf glaube ich und Professor für namensforschach das ist mal ganz ganz interessant also woher namen auch kommen und was für eine was für eine Geschichte die haben ja ja also für einen namen kann natürlich wirklich keiner was das ist so also wenn jemand einen altmodischen namen hat oder der jetzt altmodisch ist dann muss man halt immer wieder bedenken ja es gab mal eine zeit wo dieser name halt wirklich modern war aber ich bevorzuge halt immer also klar wenn ich jetzt wenn ich jetzt entscheiden würde also ich finde halt so zwei silbergen Namen immer ganz gut für Frauen weiß auch nicht warum ähm ähm das sind doch einsilbrige Namen ähm ja wenn sie zwei Silben haben dann kann man halt noch einen Spitznamen machen bei einer Silbe ist natürlich schwierig ich meine sieht man ja schon bei Sven zum Beispiel ich meine wenn man Sven heißt was willst du drauf machen Svenny ist schon wieder länger Svennekin Svenno Svenchi Svenski ach keine Ahnung Svenska ähm also man kann ja eine Menge aus seinen Namen machen aber letztendlich ja letztendlich ist es ja wurscht wie man heißt ne ich meine es zählt ja letztendlich auch der Mensch und wenn man halt eine Freundin hat oder einen Freund hat der einen komischen Namen hat vielleicht auch einen ausgefallenen Namen ich meine Sven ist jetzt nicht gerade der ausgefallenste Name ich meine wenn man jetzt so überlegt äh überlegt wie viele Leute hier auf dieser Welt Sven heißen dann denke ich mir dann wieder Mensch wäre doch cool wenn ich so einen ausgefallenen Namen hätte so die es gar nicht so oft gibt aber auch das kann man sich natürlich nicht aussuchen naja was Tiere angeht Tiere da bin ich immer so ein Mensch ich gebe gerne so Namen die mich an irgendetwas erinnern also bei meiner damaligen Katze Marie bei der habe ich natürlich an Aristocats gedacht wobei sie natürlich nichts mit Aristocats zu tun hatte die ich glaube die die Marie von Aristocats war ja so eine ich glaube eine Perser Katze ich weiß es ist ja auch nicht so ein paar das ist jetzt aber nicht genau also war auf jeden Fall eine andere Katze und bei mir habe ich halt so gedacht naja gut mit mir und Marie gut Marie musste ich ja weggeben weil sie ja überall hingepullert hat ist eine andere Geschichte aber ja auch bei Blacky war das mehr so wegen meiner Mutter weil meine Mutter hat immer ihren Kater wenn sie irgendeinen Kater hatte hat sie ihn immer Blacky genannt also ob der nun schwarz war oder nicht war eigentlich scheißegal der hieß immer Blacky und das war eigentlich schon schon eine Tradition die ich auch immer Blacky genannt habe die ich irgendwie beibehalten wollte das war irgendwie so das ist so wo meine Mutter einfach weiterlebt ja so ihre es gibt so ein paar Sachen die ich einfach weiterführen möchte und das ist der Name Blacky zum Beispiel also ich weiß nicht ob ich jemals nochmal einen Kater haben werde nach ihm wahrscheinlich nicht aber ich habe gesagt okay so lange deshalb hieß der erste Kater ja Blacky der ja leider verstorben ist und der jetzige der ist ja auch schon vier Jahre alt ähm heißt halt auch Blacky und ähm und ähm klar jetzt gibt es so Leute die sagen ja kann man denn dem Kater den Namen von einem anderen Tier geben ich bin der Meinung warum nicht weil was hat der Name mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem Kater selbst zu tun ich meine dann dürfte man ja da müsste man ja jedes Mal wenn man irgendeinen Namen hört sagen oh da heißt der wie der und der der verstorben ist und ich finde ähm ja mein Gott also der eine Blacky war halt etwas der war halt richtig schwarz der und der hier ist ja so schwarz weiß ich habe ja auch erst überlegt ob ich ihn einen anderen Namen gebe ich habe dann gedacht ähm vielleicht Puschel ist ja auch schöner Name aber ich bin dann doch bei Blacky geblieben weil ich mir gesagt habe ja mein Gott und der ist ja auch wie der alte Blacky also wenn man die beiden jetzt also wenn ich jetzt so zurückdenke wie war der alte Blacky und wie ist er jetzt also denkt man wirklich der ist wiedergeboren ja der ist genau so wie er vielleicht noch ein bisschen lebhafter aber man denkt wirklich der ist zurückgekommen ist er natürlich nicht aber naja und ähm gibt halt einfach Namen die gefallen einen halt ne ich meine ich hatte schon immer Schwäche für ein paar Namen auch gerade für Frauen Namen wenn eine Frau denn den und den Namen hat dann das ist dann schon so ne aber letztendlich klar letztendlich kann man das natürlich nicht kann man natürlich nicht nach Namen gehen letztendlich ne und aber ich muss immer wieder sagen seltene Namen sind natürlich schöner weil man dann natürlich einzigartig ist wenn man natürlich so ein alter allerwelts Namen wie Sven hat naja klar ich meine denkt man auch okay wie viel Sven gibt's wenn man den Namen Sven mal googeln würde um Gottes Willen trotzdem mag ich meinen Namen also Sven ist okay er ist schon kurz das ist halt nur mal witzig wenn man seinen eigenen Namen irgendwo anders hört oder wenn wenn irgendein anderer so angesprochen wird und dann fühlt man sich natürlich mal selbst gleich angesprochen ja also manchmal wünschte ich mir man hätte in seinem Namen noch irgend so ein wo man halt gleich weiß man ist selber gemeint ne also aber das ist natürlich schwierig es gibt auch Namen die ich nicht so schön finde ne also mein Sohn heißt zum Beispiel Tyler und da war ich überhaupt nicht mit einverstanden also weil ich wollte dass mein Sohn John heißt oder so also so einen kurzen Namen auch einfach hat aber gut das konnte ich ja nicht selbst entscheiden ist nach mir gegangen wie hätte er John geheißen aber gut jetzt ist es zu spät naja jetzt noch so wie ein Kind ich weiß nicht ich bin jetzt 46 das heißt wenn ich jetzt mit einer Frau zusammenkommen würde dann muss das ja auch ein bisschen Zeit vergehen kannst du ja nicht gleich ein Kind naja also der Mann wäre ich dann wahrscheinlich schon 48 ne also das ist schon ne das ist mir einfach zu alt ich meine was soll der was soll der denn irgendwann sagen wer ist denn das dein Opa ähm ja nein da ist er wir haben vorhin von ihm gesprochen jetzt ist er hier gerade raufgesprungen Blacky der weiß auch dass er so heißt ne Blacky ja ja wasch dich mal bist du auch so dreckig ja ansonsten wie gesagt ähm freue ich mich schon ja auf was freue ich mich eigentlich ja auf die He-Man-Hörspiele ich bin gespannt ob ich da irgendwie einen Zugang zu kriege ich bin natürlich auch gespannt wie die Antenna weiter geht ne also ich verfolge das natürlich auch wenn es vielleicht nicht die Serie ist die ich jetzt so ähm hoch leben lasse aber trotzdem das liegt ja auch nicht an der Serie sondern das liegt ja an mir ne aber vielleicht finde ich auch bei der neuen He-Man-Serie was wo ich sage ach nee ich meine ich finde ja es gibt ja auch bei der alten He-Man-Serie von Europa Sachen die ich kritisiere ne also aber darum soll es ja in diesem Podcast nicht gehen nicht wahr sondern es soll ja heute einfach mal ein relaxter Sonntagmorgen sein und so habt ihr den Olympus mal wieder so ein bisschen in Aktion also das heißt diesmal nicht diesmal nicht am T-Shirt sondern er steht hier auf der Arbeitsfläche und Arbeitsfläche ist immer klingt immer so wie Küchenzeile finde ich irgendwie besser also Arbeitsfläche klingt immer so nach Arbeit ja war doch genau die richtige Höhe für mich ja ja ich habe mich auch wieder bei TikTok angemeldet weil ich mir war irgendwie langweilig und ich brauchte irgendwas zum durchzeppen und durchscrollen ich habe ja sonst nichts wo ich so durchscrollen kann und da habe ich mich auch wieder auf TikTok angemeldet Signal auch wieder und Telegram auch denn ich will ja auch so ein bisschen verfolgen was ändert sich bei den Apps jetzt auch wenn iOS 18 die Beta-Version kommen habe aber bei allen die Nachrichten ausgeschaltet das heißt also ich gehe nur rein wenn ich was abhören will das ist bei TikTok genauso und da gehe ich nur rein wenn ich auch was machen möchte also ich will mich da nicht mit Nachrichten bombardieren lassen die habe ich alle ausgeschaltet ja aber so habe ich immer mal was zum Swipen manchmal kommen ja ganz lustige Sachen auch bei TikTok und die Sachen die halt nicht lustig sind die überspringe ich dann einfach also die nehme ich halt einfach nicht für voll das ist so das ist so letztendlich sind das ja alles also gerade auch TikTok das ist ja nochmal eine Unterhaltungsplattform und dass die Leute natürlich damit oft übertreiben müssen das ist ja überall so das ist ja auch nichts Neues ich meine das hatten wir immer schon gehabt dass Sachen sich entwickelt haben ich meine wenn man mal überlegt wie hat sich YouTube entwickelt ja am Anfang ja eine kleine Plattform wo man einfach sein Lied irgendwie hochgeladen hat oder sein Video hochgeladen durfte wo man ja auch noch alles durfte ja du konntest ja sogar noch ein Original abspielen und dazu singen und sowas das war ja alles mal möglich was ja heute gar nicht mehr geht und ja das Problem ist halt immer wenn die Sachen so groß werden dann ist auch natürlich der Einfluss der Großen viel zu stark und ja dann haben wir das Problem also dann darf man plötzlich gar nichts mehr und das ist natürlich auch immer so ein Problem oder auch mit Spotify wo das dann hieß ja keine Musik mehr einspielen weil Spotify will ja die Künstler dafür gibt es ja die dafür kannst du ja als Künstler bei Spotify gehen weil Spotify will natürlich mit einem Geld verdienen ja und deswegen keine Musik mehr einspielen das war natürlich auch ein Rückschlag damals noch in den vier Jahren Podcast ich habe natürlich gedacht ich kann meine Lieder als als Podcast einbinden sozusagen weil ich habe ich bin ja nicht auf Spotify also ich bin als Spotify als Hörer aber jetzt nicht als Künstler und weil ich ja kein offizieller Künstler bin ich bin ja einer der aus der Freude Musik macht ich verdiene damit ja kein Geld und wenn du damit natürlich kein Geld verdienst dann kannst du natürlich auch nicht ich wüsste nicht wie man seine Songs bei Apple Music und ich meine ich würde gerne meine Musik auf Apple Music oder Spotify haben ich würde noch nicht mal was verdienen wollen daran also von mir aus könnten Spotify und und Co. dran verdienen das ist mir doch egal also interessiert mich nicht also wenn es eine Möglichkeit gäbe meine Musik da dahin zu machen wenn sich damit jemand auskennt und das machen kann also ich habe damit überhaupt kein Problem wie gesagt ich will auch daran nichts verdienen und wenn sich da Spotify und Apple Music dumm stoßen dabei ist mir doch scheißegal ist mir wurscht weil ich mache ja die Musik nicht weil ich damit Geld verdienen möchte und aber wie gesagt ich weiß nicht wie man die da hochlädt und was für Voraussetzungen man nachfüllen muss aber es wäre natürlich cool wenn man sich selbst irgendwie auch als als ja als Musik als Musik machen der wie ich das mal nennen will bei diesen Portalen wenn man natürlich den Leuten sagen kann ihr braucht bloß auf Spotify gehen oder ihr braucht bloß auf Apple Music gehen oder auf ja ich bin in allen bekannten Streamingdiensten vertreten ich meine das ist schon schön da können die Leute auch besser darauf zugreifen können mal reinhören klar YouTube ist auch nicht schlecht aber ja da es ja nun sehr um Audio geht bei mir wäre es natürlich cool wenn man gerade aus einer Plattform wäre aber wie gesagt die wollen natürlich mit einem Geld verdienen und ja da kommen natürlich nur die professionellen Sachen ran die ein Label haben die einen Plattenvertrag haben ich glaube du findest nichts auf Spotify was irgendwie so unter Grund ist dass es Untergrund ist ähm ja aber gut so ist es nun mal wer klein ist bleibt klein wer groß ist wird größer das ist ne oder wie Fresh Family mal gerappt hat der Dünne wird immer dünner und der Dicke wird immer dicker ja und das ist so das ist wirklich so ne das ist das ist halt so ein Problem und damit muss man halt einfach leben ne meine Musik wird nie einen Durchbruch machen oder sowas genauso wie mein Podcast nie jetzt irgendwie den Riesendurchbruch macht das ist einfach so ich bin einfach einer der ähm ja der irgendwie immer so ein bisschen außerhalb von allem ist aber das ist auch okay ja es ist entspannter letztendlich weil ich kann meine Folgen hochladen wann ich will ich kann meine Musik hochladen wann ich will ich muss nicht irgendeine Plattenfirma fragen ich muss nicht mit irgendwelchen Text Schreibern mich da umärgern sondern ich schreibe meinen eigenen Text egal ob der jetzt nun gut oder schlecht ist und lade den halt hoch ja ich muss mich nicht mit irgendein Songwriter da hinsetzen und ihm fragen ähm wie kann ich mein Lied schreiben oder sowas das ist wenn ich mit jemandem einen Text mache dann mache ich ihn weil ich ihn gerne mit jemandem mache und nicht weil ich jetzt irgendeinen Top irgendeinen Textschreiber brauche der einen guten Namen hat damit meine äh CD besser verkauft wird ja ähm und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte ne da hat man einfach irgendwo doch seine Freiheit wenn man sein Ding machen kann wenn man etwas sagen kann okay ich werde jetzt vielleicht nicht von so vielen gehört vielleicht sogar von gar keinem aber ähm ja ich kann halt doch irgendwie meine Musik so bringen und vor allem bringen wann ich sie will ich kann halt das ein oder andere Lied tausendmal singen stört keinen da kommt nicht die Auflage okay jetzt ist die Single nicht mehr aktuell jetzt musst du das das musst du das neueste Lied singen nein ich kann meine ältesten Lieder singen wann ich will ich kann die hundertste Version von dem Titel hochladen ja und ähm hab ja auch genug Musik gemacht also bin jetzt auch nicht so wild darauf total neue Sachen zu machen weil letztendlich weil ich ja auch sage ich kann mit dem modernen Zeug sowieso nicht mithalten weil ich die ganze Technik gar nicht habe und ja ich hab genug Lieder geschrieben also wenn ich mal wieder Lust hab schreibe ich mal wieder eins aber letztendlich ähm ja es ist ja auch nur so ein ich hoffe dass ich mal wieder für jemanden ein Lied schreiben kann also für eine Frau oder das ist mir einfach eigentlich lieber als wenn ich jetzt über mich erzähle ähm oder vielleicht sogar mit meiner Freundin zusammen Lied schreiben das wäre natürlich cool also das wäre natürlich das Größte für mich ja dass man sich zusammen irgendein Thema sucht als Pärchen und dann ein schönes Lied schreibt aber schreibt aus Spaß ne also nicht dieses wir wollen jetzt den Durchbruch sondern dass man als Pärchen sozusagen ja einfach ein Lied macht oder so wie mit so wie ich mit Bernd Lieder improvisiere so stelle ich mir das mit einer Freundin vor dass sie irgendwas spielt und dann singt sie irgendwas und ich singe was dazu und so würde dann so würden dann so Tracks entstehen also das das wäre so ein Traum einfach das wäre ja ich habe schon überlegt ob ich einen aber dann müsste ich mal gucken wie ich Bernd da reinkriege geil wäre ja ein Podcast mit Bernd aufziehen das würde mir echt Spaß machen so Bernd und Sven reden über Gott und die Welt oder sowas Bernd und Sven der Podcast das wäre echt das wäre so ein geil oder man müsste Bernd als künstliche Intelligenz das wäre auch noch eine Idee aber da müsste natürlich jemand Texte schreiben die er sagen würde oder es müsste eine Intelligenz sein die reagiert aber das das stelle ich mir lustig vor ich meine ich kann ihn auch nachmachen so ein bisschen aber dann das merkt man natürlich dass ich es bin das ist ja klar ich kann die ich habe ja nicht seine Stimme ja aber das wäre das würde mir echt Spaß machen mit Bernd nochmal so ein Podcast aufziehen und dann so über über Sachen über Theorien über was ist das Universum oder keine Ahnung irgendwie oder irgendwie man könnte den Podcast ja auch immer so machen man stellt sich selbst Befragungen dann diskutiert man darüber also da könnten da könnten wir echt Folgen raushauen ohne Ende wahrscheinlich also zum Beispiel Bernd und ich könnten eine Menge über das Universum erzählen über schwarze Löcher wie entstehen die weil Bernd weiß da eine Menge drüber über das Universum der interessiert sich ja sehr für diese Themen oder unsere Sonne da könnte der könnte da Vorträge halten glaube ich aber dieser Podcast wäre dann natürlich nicht was wissen wir sondern einfach was interessiert uns daran also es geht nicht darum jetzt Wissen zu vermitteln also weil das können andere wiederum die gelernt haben sondern mir würde es in diesem Podcast einfach darum gehen wie beschäftigen wir also Bernd und ich wie beschäftigen wir uns mit dieser Materie ja warum interessiert uns das so und was sind unsere eigenen Theorien ja also geht jetzt gar nicht um Wissen vermitteln oder sowas weil soll ja kein Lernen Podcast sein sondern das wäre so ein eher so ein so ein ja wie wie sehen wir denn das und was stellen wir uns vor oder wie könnte denn unsere Vorstellung von gewissen Sachen sein ja und auch Leben nach dem Tod ne könnte man auch ein Thema draus machen ne also jetzt mal unabhängig von dem Ganzen was die Leute sehen was die Leute hören was gibt es noch für Alternativen oder vielleicht gibt es ja auch noch Alternativen die über die man noch gar nicht nachgedacht hat wie könnte das Leben nach dem Tod sein ne so wie ich gesagt habe mit dieser Tierwelt also dass die Tiere nicht sterben sondern in so eine Welt gehen wo sie einfach wieder da sind und und ihr Leben leben und man könnte als Mensch diese Welt besuchen ist natürlich Quatsch aber so eine Thesen einfach aufstellen was wäre wenn wenn es so wäre oder wenn wir überhaupt nicht sterben würden sondern wenn wir dann einfach irgendwo weiterleben und ja also einfach mal so ein bisschen die Sache so diskutieren und einfach mal so gucken was könnte man sich denn vorstellen wie es weitergehen würde mal abgesehen von dem was man gelernt hat ja abgesehen von Himmel und Hölle und ja das ist zum Beispiel ein Prinzip an dem ich an das ich überhaupt nicht glaube ja ich glaube nicht dass es dass irgendwo die Guten hinkommen und irgendwo die Bösen weil das ist so typisch Mensch denn der Mensch ist ja nur so ein du bist gut und du bist böse Typ wobei wir haben ja heute sowieso wir haben ja nun wirklich aus der Geschichte gelernt böse ist nicht gleich böse und gut ist nicht gleich gut ja und ja wie willst du denn die Seelen oder die Leute die dann sterben wie willst du die sortieren also ja und deshalb glaube ich persönlich nicht an Himmel und Hölle ich glaube also was ich letztens gehört habe war interessant da hat jemand erzählt bei YouTube über verschiedene Ebenen also dass es im Jenseits verschiedene Ebenen irgendwie gibt und man sich sozusagen hoch ja arbeiten kann also jetzt arbeiten im Sinne von also jeder hat das jeder hat die Möglichkeit in die höhere Ebene zu kommen wenn er sich Hilfe holt von anderen oder wenn er dann also das ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben was da gesagt wurde aber das fand ich sehr interessant also interessanter finde ich das auf jeden Fall als Himmel und Hölle weil Himmel und Hölle ist mir zu einfach ja auch dieses das Gericht und jetzt kommt der jetzt kommt der der und der und und das ist einfach das ist mir zu einfach weil ich glaube so einfach ist es nicht ja wenn man mal bedenkt wie wie kompliziert das Universum ist und wie kompliziert das alles da draußen ist dann kann es nicht sein dass irgendeiner da kommt und sagt passt auf Leute ihr seid alle die Bösen ihr seid die Guten ihr werdet gerettet der Rest stirbt das nee das ist es nicht weil wenn es so wäre würde es nicht so viel verschiedene Beschöpfe geben ja und kein ja dann es gibt so viele Wesen es gibt es gibt Menschen Tiere Pflanzen es gibt ach keine Ahnung wenn man jetzt es gibt irgendwelche Bakterien es gibt keine Ahnung und wenn die jetzt alle nun irgendwie sterben äh ich glaube einfach dass das eine Sache ist die wir Menschen gar nicht begreifen können was danach passiert und ähm es wäre Quatsch wenn wir jetzt äh meinen wir wüssten was was da ist ja und ähm ich sag mal so ein Tier was stirbt das kommt ja auch irgendwo danach hin und ähm ja und deshalb bin ich auch ähm der Meinung dass vielleicht jeder sogar seine eigene Dimension hat oder so wo er dann hinkommt oder ähm ja seine eigene Bewusstseinsebene wo er dann irgendwie äh sein ja also sein Netz sein in die Ewigkeit oder sowas keine Ahnung ähm vielleicht schließt sich unsere Energie auch wieder anderer Energie an und es entsteht was Neues äh ist ja auch möglich also jetzt keine Wiedergeburt sondern ja das ist einfach dass die Energie sich sozusagen einen neuen äh Partner in dem Sinne jetzt ja sucht also eine neue Energie oder eine neue und dann entsteht was ganz Neues und ähm ja vielleicht kommt man in einer ganz anderen Dimension wieder zur Welt oder so und ist was völlig anderes also das ist ja eigentlich alles möglich und ich finde halt diese ganze religiöse Art von wegen Himmel und Hölle und Teufel und Gott das ist mir zu einfach ja so einfach kann es nicht sein und ähm das ist so kompliziert glaube ich dass wir gar nicht dass wir das gar nicht fassen können also unser Verstand kann das gar nicht verarbeiten glaube ich und ähm ja es ist ja auch noch keiner zurückgekommen also ich meine gut viele Leute haben ja von Nahtoderfahrungen geredet oder sowas aber die Frage ist halt immer ob es wirklich Nahtoderfahrungen waren oder ob sie einfach nur ähm weil letztendlich haben sie ja doch darüber lebt und ähm gut viele haben ja auch von Körperverlassen und so geredet und so es ist halt immer die Frage also man kann jetzt natürlich nicht mit einer Kamera das filmen wie der der Geist den Körper verlässt das heißt also man muss ja dann nach dem gehen was die Leute erzählen und es ist immer die Frage was stimmt was stimmt nicht war jetzt der Mensch wirklich tot oder hat er noch irgendwas gelebt oder ähm ist ein schwieriges Thema und ich bin der Meinung dass die Sache einfach so komplex ist dass man das gar nicht begreifen kann was da passiert und es wäre ja auch anmaßend dass wenn wir als Menschen bestimmen würden was nach dem Tod passiert weil wie gesagt es gibt so viele Geschöpfe im Universum und die haben ja alle ein Recht darauf ähm auf einen auf eine Weiterführung der Energie wie ich es jetzt mal nennen möchte und ich denke mal dass ja können wir Menschen wirklich uns wirklich herausnehmen zu sagen was nach dem Tod passiert ähm dazu reicht doch unser Verstand gar nicht ja wenn man mal überlegt wie lange schon Geschöpfe sterben und da gab es uns noch gar nicht also muss es ja schon vorher irgendwas gegeben haben nach dem Tod ähm ja also bevor der Mensch eigentlich sich dieses ganze Himmel und Hölle oder 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 jenseits oder was auch immer wie man es nennen möchte ja das gibt es ja alles das muss es ja alles schon vorher gegeben haben und ähm bevor der Mensch drauf gekommen ist ja und ähm das ist natürlich ich denke das ist einfach etwas das wir gar nicht begreifen können ja wir werden alle die Erfahrung machen irgendwann und ja aber eben sowas könnte ich mit Bernd super besprechen also da wären wir wirklich äh das würde wirklich wäre wirklich ein guter Podcast allerdings müssten wir da aufpassen dass die Folgen nicht so lang werden aber gut ähm dem ist einfach so ja aber leider äh gibt es ja keine Möglichkeit ist ja auch nicht so im Internet und vor allem wie sollen wir das machen ja über Telefon vielleicht aber halt auch nur Handy glaube ich also das wäre glaube ich mit mobiler Verbindung ein bisschen blöd da müsste man schon irgendwie ja aber egal auf jeden Fall wäre das natürlich auch eine Idee für einen Podcast über Gott und die Welt reden oder sowas Bernd und Sven reden über Gott und die Welt oder äh könnte man natürlich auch könnte man natürlich auch diese ganzen Themen aufgreifen Multiversen und ähm überhaupt Dimensionen das ist ja wirklich interessant ne mehrere Ebenen und so ich finde das geil ich finde das einfach es kann natürlich irgendwann verwirren sowas ähm aber das ist natürlich schon sehr interessant alles ja aber es ist halt ein Thema ähm ja da gibt es natürlich Leute die viel Ahnung davon haben ich jetzt habe ja nicht so viel Ahnung davon ich interessiere mich einfach nur dafür aber ähm also ich finde es auch immer interessant was so im All passiert ne also wenn sie dann auch immer sagen irgendwelche Asteroiden kommen der Erde näher und ich finde es immer lustig wenn sie dann immer so mit so äh Weltuntergangsszenarien kommen ne der Asteroid schrammt voll an der Erde vorbei und dann passiert letztendlich überhaupt nichts und dann die Panik immer äh also das ist mal lustig also aber es funktioniert einfach jedes Mal ne also die Menschen springen natürlich immer auf sowas an ja irgendwie sehen es ja jetzt auch mit dem Krieg ne ich meine ähm bis jetzt haben wir immer bis jetzt ist ja noch kein Weltkrieg und ich kann mir auch nicht vorstellen dass wir wirklich einen Weltkrieg kriegen also man weiß es natürlich nicht aber sowas funktioniert natürlich immer ne wenn du der Bevölkerung sagst Leute es gibt gleich Krieg oder sowas oder na ich meine das ist ja man weiß schon wie man das macht und ähm ich bin halt ein Mensch ich hoffe natürlich immer dass es nie Krieg gibt und ich will nicht dass der Ukraine-Krieg sich ausbreitet und dass ähm wir nachher noch Showplatz werden ich finde man sollte an den Verhandlungstisch zurück und ähm reden immer reden 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 es sollen nicht noch weitere Menschen sterben Waffen liefern sowieso nicht ja also hallo aus Deutschland aus Deutschland dürfen dürfen einfach keine Waffen kommen ja und überhaupt dürfen nirgendwo aus nirgendwo hat nichts mit Deutschland zu tun ja Waffen liefern ist immer schlecht ja weil ähm wenn Waffe dann gibt denen einen Faustkeil sollen sie sich doch die Köpfe einhauen aber äh Waffen die Massenvernichtung ähm machen ja dann gibt denen noch einen Stein sollen sie sich mit Steinen weiß ich oder keine Ahnung sollen sie sich wie früher in der Steinzeiten jeder eine Keule und dann ja und der Gewinner kriegt das Gebiet oder was aber dieses diese Massenvernichtungswaffen die 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 Ländereien auslöschen können ey was darf es nicht sein also wenn es da oben irgendwas gibt wie ein Gott ey dann soll er doch den Menschen endlich mal stoppen und sagen ey weg mit euren Scheiß Waffen ja am besten dass alle Waffen zerstört werden oder sowas das wäre richtig so dass nichts mehr funktioniert der Mensch will eine Rakete losschießen geht nicht mehr aus Ende ja sowas wäre mal gut so ein Waffenhacker ja jemand der so alle Waffen hackt so wenn das technisch möglich wäre das ist natürlich Quatsch geht natürlich nicht aber sowas sowas wäre mal wirklich ja du hast eine Pistole oder willst schießen geht nicht mehr alles was mit mit Tod zu tun hat oder mit Waffe funktioniert einfach nicht mehr ja das wäre mal was weil ich meine was soll das ey der Mensch lernt nie dazu und immer gibt es noch Leute die denken ich kann damit Geld verdienen wenn ich Waffen verkaufe oder wenn ich und das ist einfach schlimm ja ich finde einfach Krieg ist immer schlimm egal welche Seite den jetzt begonnen hat oder wer jetzt da es ist immer Krieg ist immer was Schlimmes und jeder Mensch der stirbt ist einfach zu viel also das ist einfach meine persönliche Meinung ich bin gegen Krieg und ich bin gegen Waffen ja und auch wenn Leute natürlich angegriffen werden warum soll man denen warum soll man denen auch noch Waffen geben zumal das eine ist eine Atommacht und das andere ist halt ja ich kann doch nicht eine Atommacht irgendwie das ist doch Wahnsinn ja das ist da sind doch die Verhältnisse völlig unklar oder sagen wir mal so das ist doch Wahnsinn kann ich doch nicht gegen eine Atommacht stellen das wäre so als wenn keine Ahnung jemand hat eine Pistole und ich sage ich komme zu dem und sage ja komm her ich mache dich kalt und der drückt einmal auf den Knopf und ich bin tot ja und das ist einfach total unfaire Verhältnisse und ich kann da noch so viele Gebiete zurückgewinnen aber wenn derjenige irgendwann auf den Knopf drückt und sagt okay okay du bist jetzt kurz vor der Form unserer Hauptstadt dann drücke ich einfach mal ein Knöpfchen bumm und ja was hat denn das noch einen Sinn denn mein Land zu verteidigen wenn der eine Atommacht bekommt die sind alles verwüstet nachher und deshalb sage ich Verhandlungstisch wir müssen reden das ist das ja lasst die Waffen fallen und redet wieder miteinander ja und von mir aus einigt euch ja und ja gründet ein neues Verteidigungsbündnis aber eins wo alle drin sind ja und weiß ich nicht wir ja vielleicht wirklich so eine vereinte Erde das wäre schön ich sage ja Flo und ich sagen immer es muss ein Perry Roden her ja wir brauchen die dritte Macht das wäre natürlich geil also wenn es sowas gäbe ja die dann gleich einfach mal allen sagt passt auf Leute wir haben hier die besseren Möglichkeiten stoppt diese ganze Sache und wir wollen eine Erde egal welche Hautfarbe du hast egal welche Religion du angehörst egal welche Sprache du sprichst wir sind einfach eins und das ist ein Traum klar es ist schwierig und wird wahrscheinlich auch nie kommen weil der Mensch gar nicht dafür gemacht ist letztendlich aber ich persönlich bin ein Mensch der einfach sagt wir sollen wir müssen auf jeden Fall immer sagen Waffen Krieg nein geht nicht ja und sonst geht das irgendwann bei uns hier los und dann was ist dann ja ich meine so ein Krieg ist ja wie ein Flächenbrand der kann sich ja wirklich auf die ganze Welt ausbreiten und was ist dann wenn es wirklich zu einem Weltkrieg kommen würde ja was ist dann oder was ist danach wer überlebt den ja zweifelsohne die 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 obere Schicht wahrscheinlich also die Leute die sich in irgendwelche Bunker absetzen können die überleben den aber wir als normale Bevölkerung wir überleben doch kein Weltkrieg ja also das sollte man sich einfach mal klar werden lassen und ja wir haben den ersten Weltkrieg gehabt wir haben den zweiten Weltkrieg gehabt einen dritten Weltkrieg einen dritten Weltkrieg werden wir nicht überleben vielleicht auch die Menschheit wird es gar nicht überleben wenn wir Pech haben ja und deswegen sage ich wir müssen zum Verhandlungstisch zurück wir müssen reden ja da muss halt irgendein Kompromiss geschürt werden und zu sagen okay aber wichtig ist reden wichtig ist Verhandlung und wichtig ist einfach aufhören zu morden aufhören zu schießen das ist das Wichtigste Abschaffen der Waffen egal auf welche Seite alle müssen es tun und ja so ist das ich möchte nicht dass mein Kater irgendwann mal in irgendeiner verstrahlten Welt rumlaufen muss weil er naja gut na Decker das wollen wir nicht ne nein das willst du nicht ne stell dir das mal vor hm was ist das für eine Welt hm du hast niemandem was getan und musst dann in so einer Welt leben hör Decker ja kannst du dir gar nicht vorstellen wa du weißt doch gar nicht was das ist Gott sei Dank ja ich würde ja gerne die Aufnahme beenden aber mein Kater liegt hier gerade so schön auf dem Schoß hm und jetzt wo er hier so schön liegt mein Dicker da möchte ich eigentlich die Aufnahme noch nicht beenden weil wenn ich jetzt wieder aufstehe und das Handy hole und mein Gerät anschließe steht ja mein Kater auch wieder auf der sitzt hier gerade schön auf meinen Schoß auf der Decke das hat er gerade die Pfote am Mikrofon gehabt die könnte ich jetzt auch wirklich mal ganz gut hören ne ja das ist mein Blacky die geht's gut oder ja 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 Na los, Digga. Na was? Erzähl den Leuten mal was. Schaust du nicht maust auf Bestellung? Das wäre lustig. So was machst du nicht? Klecki, sag mal Miau. Nee, willst du nicht? Willst du nicht Miau sagen? Du maust nur, wenn du willst. Ja. Ja. Das ist mal eine schöne Sonntagfolge. Nicht wahr, mein Digger? Ja. Na, 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 na. Ich wollte mir eine geben mit der Pfote. Das ist mir einer hier. Ein Frechdachs, bist du ein Frechdachs? Ja. Du bist schon so ein Frecher. Na ja, ich kann mal gucken, wie voll ist mein Handy. Jetzt stelle ich jetzt mal das Gerät ab. Ja, schade. Wenn man das Gerät jetzt ohne Kamera da ans Handy klemmen könnte, das wäre natürlich cool. Weil dann könnte ich einfach das Gerät, das den Olympus so ranklemmen. Und dann, ja, geht ja leider nicht. Der braucht nicht so viel Strom. So, aber mein Kater steht jetzt auch auf. Schön. 4.51 Uhr. Oh mein Gott. Ja, das ist natürlich... Naja, aber vielleicht ist es ja irgendwann mal möglich, dass man die Geräte nur noch so ans Gerät anschließen kann. Das wäre natürlich cool, dass man dann keinen Adapter mehr braucht. Naja, gut, höchstens ein USB-C. Na, die Dinger haben ja nur USB-A. Aber, ja, das hoffe ich natürlich. Dass man denn nicht immer mit so einem Adapter und Netzteil... Ach, es nervt irgendwie. Oder ich nehme halt wieder mit dem iPhone auf, klar. Ja. Aber wenn ich natürlich den Olympus ohne alles irgendwie anschließen könnte, dann könnte ich den Olympus auch als Mikrofon nehmen. Dann könnte ich halt auch sagen, okay, mit dem Olympus als Mikrofon, nehmen wir mal trotzdem mit dem iPhone auf. Dann hätte ich natürlich die Olympus-Mikrofone. So. Dann haben wir hier. Genau. Zack. So schnell geht das. Letztes Teil ist schon mal drin. Jetzt brauchen wir noch den Adapter. Ja, das ist natürlich alles nicht so einfach. Ja, ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, dass die Folge euch gefallen hat. Mal wieder eine Folge mit sämtlichen, ja, Dingern. Ich nehme jetzt mal den anderen Adapter hier mal. Kann ich auch mal nehmen. Warum eigentlich nicht? Ich nehme jetzt mal den etwas günstigeren. Und damit hat es sich's. So, dann schließe ich den mal an. Mal gucken. Muss da eigentlich auch funktionieren. Ja, und das war also Podcast von Sven Heidenreich, Folge 937. Und wir hören uns dann in der Folge 938 oder in der Vierjahresfolge. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.